Meine Freunde in der gepflegten Rockmusik, hier ist Chris Boltner von Grave Sticker. Im November werde ich mit einer Menge anderer Rockstars, Rocklegenden, unter anderem mit Jolene Turner, Job Tate, Phil Mock von Ufo durch Deutschland ziehen. Mittlerweile sind meine Freunde von Bonfire und wir werden geile Songs spielen, ein paar Grave Sticker Songs, aber auch ganz viele Rockklassiker werden die anderen zum Besten geben. Und es wird eine richtig geile Sache und ja, da freue ich mich schon tierisch drauf. Bonfire in France, Rock Legends on Tour. Ich hoffe ihr seid dabei, ja, und keep on rocking Freunde, wir sehen uns, bis dann, ciao.